Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Pixel 1 mit dem Janik. Hallo. Hallo. So, Carrie. Letzte Folge haben wir angedeutet, heute bist du dran. Zack. King and Drop Inch, genau. Du kannst dein Pokémon jetzt, wieso kann ich denn jetzt nicht wechseln? Der Baum, das hat doch gerade erst angefangen. Hat er irgendwie so eine Fähigkeit, dass du nicht wechseln kannst. Das kann sein, wenn du ausweglos oder so hast, dann kannst du den Pokémon nicht zurückrufen. Oh, scheiße. Dann ist doch mein Multiland gleich wieder kaputt. Tot, tot. Oh, Mann. Ach, Quagenarre. Ach, dieses... Ah, höh. Jetzt wieder ein Slowpoke, jetzt kommen wieder die Viecher. wo man ein bisschen Schaden machen kann. Kann nicht... Wieso kann ich denn immer noch nicht ausgewechselt werden? Das weiß ich nicht. Das ist doch jetzt ein anderes Pokémon. Ich habe irgendwas benutzt, aber ich habe nichts gesehen. Und Tekka. Auch gewonnen. Gegen den Zubat. Pokémon. Jetzt kann ich tauschen. Äh, gegen Zubat kommt Lavitar ins Spiel. Oder auch nicht. Lavitar? Geht ohne. Trousy kann ich. Lavitar kann ich nicht holen. Hä? Irgendwas läuft da schief. Irgendwas läuft da gewaltig schief. Zubat Confused Ray. Die ist already confused. Bitte warten. Is confused used poison. Avoid attack. Hör doch mal auf auszuweichen. Zubat used bis. Ey, das ist sehr effektiv. Hörst du auf? Lavitar. Immer noch nicht. Ein Trainer Level 6. Okay, den mache ich eben auch mal. Schlafputter Fallen ist lieb. So, hast du jetzt davon. Tekkel. Krass. An Biss denke ich immer nicht, dass das eine Unlichtattacke ist. War auch mal normal, glaube ich. Ja, war ja am Anfang. Was wartens? Achso, das ist ein Flug. Scheiße. Schlafputter. Tekkel. Du warst besiegt, indem du einfach im Schlafen besiegt warst. Jawohl. Und wieder Schlafputter. Ich habe gesagt Schlafputter. Ausgewichen. Hör auf damit. Au. Das war bestimmt Superzorn oder so. Und besiegt. Ich. Warum kann ich denn Lavitar nicht einsetzen? Lavitar möchte nicht mehr als dein Pokémon sein. Ich glaube auch. Lavitar, was ist los? Rasierblatt. Lavitar macht nicht Rasierblatt, aber... Hyperfang. Wurde besiegt. Ich konnte keine Attacke machen. Hallo. Was ist das für ein Bug hier? Retter. Noch ein Trapinch. Aquaknarre. Watergun. Super Effekt. Ist fated. Ich habe den Kampf gewonnen, Alter. Das war jetzt aber ein Buggy-Kampf, ey. Wahnsinn. Bis auf Lavitar und Magikarp wurden alle besiegt. Du hast ein Magikarp? Magikarp. Nein. Natürlich nicht ein Magikarp. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Matkip. 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 Mein Zwiel hat immer noch nur 83... Zuneigung. Vielleicht was besiegt wurde gerade. Komm wieder raus. Bei irgendjemand hat es überhaupt nicht gesehen, hat es funktioniert, das Raus- und Reinsenden. Da. 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 145 Zufriedenheit. Da. 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 Weil das entwickelt sich die zweite Stufe mit Zufriedenheit, ne? Ja. Mein kleiner Freund, Stravigel, komm. Stravigeli. Oh, wir können bald wieder ernten hier. Gibt bald wieder frisches Brot. Ich habe jetzt noch 26 Weizen einstecken. Stravigel, komm. Wir müssen ein paar Viecher besiegen, die du locker besiegst. Zum Beispiel hier irgendwie ein Kleinstein. Hier war letztes Mal ein Kleinstein, das suchen wir uns jetzt nochmal. Und Taubsi ist kein Kleinstein, geh weg, Taubsi. Ah, warte mal, da könnte mein Dings ein paar Punkte holen. Genau, mein Voltile am Donnerwelle erstmal. Haha, paralysiert und Donnerschock. Beweut, äh. Bist du verrückt? You, Thunder, super effective. Bitte warten, used irgendwas anderes. Warte mal stehen, du blödes Miraplan. Und ein Eck und zwei Federn. Bam. Jetzt muss ich erstmal Stravigel wieder rausholen. Zack. Das bleibt nach dem Kampf von hier draußen, das finde ich schade. Komm, Stravigel. Ein Funpi, das sieht aus, als würde das von Stravigel raus. Ich hab ne Karotte von Miraplan bekommen. Ohne Mist? Ja. Wie geil ist das denn? Potato auch. Wir können Essen anpflanzen. Alter, das ist ja mal richtig oberepisch. Rasierblatt. Oh, ich glaub ich mach Walze gerade. Super effective fated. Battle won the battle. Yeah. Komm wieder raus. Stravigel, mein Freund. Warte mal. Wie viel Schaden hast denn du bekommen? Ja, lohnt sich noch gar nicht, dich zu heilen. Ne, noch nicht. Was bist denn du da hinten? Ach, ein Melonensamen hab ich auch bekommen. Sehr schön. Alter, was ist da los? Da ist ein Macholo. Da hinten. Wir haben hier ganz viele Pokémon in unserem... Hattest du denn immer einen Macho, Mai? Ja, das ist auf der Bank. Achso. Hast kein Bock mehr. Das ist ausgelevelt. Ach, guck mal, unser Carpador-Teil dann. Was ist da? Was da rumschwimmt. Drei Carpadors und zwei Coldinis. Was ist da auf einmal los? Frag ich mich auch. Die ganze Zeit nix und jetzt gehen sie ab, oder was? Jetzt, weil wir beide weg sind. Na gut, du bist ja da zum gucken, aber... Ich bin da. Und räum mir ein bisschen auf. Ich renne hier gerade. Ich hab keinen Platz mehr. Die Türen weg hier. Was will ich denn mit einer Tür? Swiddle, da ist noch ein Level Fun-Pee. Level Fun-Pee. Level 15. Ja, ein Level Fun-Pee. Das hab ich so kaputt, dass es nur zum Leveln ist. Was? Auf hier ein Blatt. Und zack. Fun-Pee hat Leder fallen lassen. Das ist Level 20. Demo, ich seh's wieder nicht. Das ist ja richtig strange. Warum seh ich denn die Pokémon nicht mehr, wenn die sich entwickeln? Hm. Die wollen das nicht mehr, dass du ihnen dabei zuguckst. Nee, die schämen sich. Wusch. Gleich mal raus wollen. Wusch. Strabickel wurde zu Folikon. Und Schutzschild lernen. Der eine Sand kann weg. Gleich mal rausholen. Das wird tun. Hallo. Wie geht's dir gerade? Gucken wir mal. Zusammenfassung. Status 92 Zufriedenheit. Warum? Das ist doch jetzt ein neues Pokémon. Ja und? Zusammenfassung. 92 immer noch. Ach komm mit. Los. Komm, wir ziehen dann eine Runde weiter. Vielleicht noch ein paar Gestein-Pokémon suchen. Da sind noch ein paar Fun-Peace. Lass mal dich. Oh. Jetzt hab ich eine schwarze Aprikoge weggeschmissen. Komm her. So. Warte mal. Kann ich die jetzt nicht irgendwie anders? Welcher Knopf war denn das? Irgendwie konnte man die noch herausfordern, wenn aber das Pokémon schon draußen war. Da gab's eine. Razor Leaf mit einem Hit gesiegt. Jawohl. Krass. Oh. Daneben. So. Und. Rassierblatt. Was? Wie hältst du das? Wie hältst du sowas aus? So. Komm raus. Ich muss dich heilen. So. Geht's dir wieder. Supi. Komm mit. Fall die oberebische Musik gerade. Bei mir ist mal wieder keine Musik. Und. Level ab. Aber nicht entwickelt. Oh. Daneben. Fast. Jetzt. Und. Rasierblatt. Kugel Level 22. Und das Funfi war fast mit einem Hit kaputt. Und. Fede besiegt. Yay. Und noch ein Level ab. Das geht ja. Ja. Und wie ist jetzt die. Zufriedenheit 102. Steigt langsam. Aber bei Zufriedenheit entwickeln brauchst du glaube ich über 200 oder so. Steigt sehr langsam. Danebener vielleicht muss man es einfach nur mal ein bisschen mitnehmen. Komm mit. Wir gehen mal Richtung Heimat. Aber was das jetzt mit diesen Aktiv-Skills die rechts oben angezeigt wird das weiß ich oder ne. Stimmt ja. Wäre immer schön wenn man weiß ne. Also ob man die überhaupt verwenden kann. Ja man kann die schon verwenden. Aber wie das dann funktioniert und was das genau macht. Habe ich keine Ahnung. So ein paar Donner. Zwei Donnersteinfragmente habe ich gerade noch gefunden. Ein Donfarn. Gottrotto bist du auch gestein. Och renn doch nicht weg. Jetzt greift mich ein Level 4. Na. Taub sie an. Na toll. Dafür gibt es einen Donnerschock. Ladevorgang. Erhöht die Spezialverteidigung. Nö. Brauche ich nicht. Ah jetzt greift mich an. Genau. Sehr schön. Rasierblatt. Das Schuckel. Was ist jetzt los? Razor Leaf. Avoid the Attack. Was? Warum? Du hast Rasierblatt. So jetzt hat es aber getroffen. Aber es zieht gar nichts ab. Ist das nicht Gestein gewesen? Oder das war Gesteinkäfer gell? Ja. Potrot? Ja. Potrot ist ja auch das. Der höchsten Verteidigung. Aber ich mache es noch blatt. Ah. Wenn es mich nicht gleich blatt macht. Zur Hölle. Was war das für eine Attacke? Alter. Critical Hit bitte warten. Safeguard. Noch Mara Seerblatt und besiegt 629 EP. You won the battle. Warte mal. Jetzt muss ich es aber wieder heilen. Bitteschön. Ich glaube, wenn man Items benutzt, zumindest war man im Spiel auch so, dann hat das auch die Zufriedenheit gesteigert, gell? Ja, genau. Und wenn der was zum Tragen hat an ein Items, steigert das auch. Jedenfalls im Spiel. Kannst du... Nee, Weizen kann auch nicht tragen. Nimm das. Nimm das. Verhalte es für mich. Ich habe mal Haufen Scheiße mit mir da. Ich muss mal aussortieren gehen. Ich komme mal heim. Da ist ein Strabickel. Guck mal. Hä? Was ist mit Luhn? Kommst du? Hallo? Gingst du irgendwo fest? Komm mit. Komm. Hier lang. Komm. Nicht stehen bleiben. Oder willst du gegen das Gero kämpfen? Das wird schwierig, ne? Aber es funktioniert. So. Rasierblatt. Solange es nicht explodiert. Super effective. Bitte warten. Use Rock Polish. Increase Sharp. Ach, jetzt ist es eh tot. Mit zwei Hits. Nein! Wieso war das jetzt schneller? Aber ich habe es trotzdem. Receive Cobblestone. Gravel wurde fein gelassen. Ja, Gravel brauche ich auch nicht. Boah, das waren zwei Level Ups. Ne, ein Level Up. Oder? Level 23. Ja. Ein Level Up. Läuft ja bei dir. Aber immer noch 109 erst. Oh. Hier heilen. Komm mit. Swiddle Loon. Swiddle Loon. Hallo. Dann halt nicht. Dann gehe ich halt so heim. Erst kann er was werden mit einem Zufriedenheits-Pokémon. Oh ja. Oh, ich bräuchte hier dieses, wie heißt das, Charmed Egg, Egg Charm, irgendwie sowas, was die Zufriedenheit erhöht. Oder Lucky, Lucky Charm. Ne, es war irgendwas mit Egg. Ähm, los. Ja, genau. Ich treffe einen Level 10er Trainer und will meinen Voltilem trainieren. Und was hat er als erstes? Einen Sandan. Na toll. Krass. So, ein Griebel. Kopfnuss. Und nochmal Kopfnuss. Und noch ein Tackle. Ne, noch ein Pfund. Hat er gar keinen Tackle. Das ist aber... Was? Der hatte nur das dann... Das ist nicht viel. Ne. Ist ganz schön dunkel hier bei uns. Ach, ja. Einfach nur hier... Trainieren. Ich will doch nur trainieren. Uhuhu. Uhuhu. So, das da rein, das da rein. Oh, ich höre ein Hühnchen. Ich habe hier einen Hühnerstall gebaut. Aber nur leider nur ein Hühnchen rausgeschlüpft. Genau hier vorm Fenster. Ich habe noch... Ich habe noch ein... Ein... Ein Ei. Ein Ei habe ich noch. Da ist das Obsidium. Warte mal, das Obsidium tun wir mal da oben rein. Uhuhu. Wir haben immer noch so viel Kacke im Moment da. Oh, Mann. So, ich höre mal mein Ei. Ja. Ich habe jetzt auch noch ein Ei. Ich habe auch noch ein Ei. Dann haben wir zwei Eier. Oh mein Gott. Und zack. Nichts rausgekommen. Mein Ei hat nichts gebracht. Und nein. Es war unfruchtbar. Oder unbefruchtet. Mein Sau. Schade. Ach ja. Ich gehe da will mal ernten jetzt. Dürfte lang genug gewartet sein. Oh ja. Oh, das sieht gut aus. Das fällt sich gut aus. Jawohl. Na, wieder anpflanzen. Ich habe doch noch mal ein Feld zugemacht mit Kartoffeln und so, ne? Wo? Daneben. Ach da. Sehe ich gerade, ja. Sehr schön. Die habe ich schon wieder vergessen, dass wir die haben. Hey, wieso ist ein Ladybar hier? Warum ist ein Ladybar hier auf unserem Feld? Weiß ich nicht. Hat er Hunger? Wurde mit einem Hit umgehauen von mir. So. Ich habe über ein Stack Weizen. Jetzt 26 hatte ich ja vorher noch. Ja. Jetzt habe ich über ein Stack. Ja, haha. Wo ist denn hier die Tür dazu? Die ist hier. Irgendwo. Da. Soll ich die da hinbauen? Also die sollte ich schon mit dir dran. Damit das irgendwie... Die Kartoffeln sind ja nicht abgebaut. Da rein am besten. Okay, das war jetzt nicht farblich passend, aber okay. Ja, mei. Funktioniert schon. Ich bin zu fett. Ah, jetzt. Das ist ja schön. Die machen ja wirklich Schatten. Siehst du das hier drunter? Bei mir ist es kein Schatten, ne. Bei mir ist es da etwas dunkel rundherum. Wie geil ist das denn? So, dann brauchen wir nur noch ein Mew und eine Klonmaschine. Und dann haben wir Mew two. Dann haben wir Mew two. So, dann... Was wollte ich denn? Ach ja, ich wollte Brote machen. Wunderschön. Ich habe jetzt ja richtig gut Essen. 33 Brote. Om nom nom nom. Bleiben wir ins Neitzwirbeln. So. Wo bist du? Rennt gar nicht so weit weg, weil es ist schon wieder die Zeit um. Ich komme. Was ist denn hier? Ah, das Lieder ist, glaube ich, unser Hammer, oder? Auf der Map. Ist das... Ja, das ist der Hammer. Oder das... Der Itemframe, oder irgendwas. Nee. Keine Ahnung. Guck mal. Rennen. So. Machen wir so. Ja, lassen wir so. Gut. Dann sagt man hier, vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir würden uns über Feedback freuen. Und sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüssi.